Wir werden etwa eine Million Leute haben, die in die Rente gehen und etwa 500.000 Leute, die nachfolgen werden. Das heisst, bei einem Arbeitsmarkt von fünf Millionen Erwerbstätigen werden uns etwa 500.000 Leute fehlen. Das ist eine grosse Herausforderung, nicht nur für die Altersvorsorge, sondern auch für den Arbeitsmarkt. Und jetzt von drei, die NIR.